Hallo, 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 haus Bering Ich bin Daniel Hallo, 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 hallo aus Bering JA! Hallo! Ich bin Daniel Ich heiße Daniel Augustin. Mein Vorname ist Daniel, mein Familienname ist Augustin. Daniel Augustin. Ich heiße Daniel Augustin. Wie groß bist du, Marco? Ich bin 1,60 Meter groß. Ich bin 1,70 Meter. Haha, ich bin sehr groß. Ich bin 1,90 Meter groß. Daniel ist groß. Und Thomas ist klein. Daniel ist nicht groß. Okay, ich bin nicht so groß. Daniel, was machst du gern? Ich zeichne gern. Ich zeichne Comicfiguren. Sie alle haben Namen. Wer ist das? Das ist Oskar. Oskar ist ein Hund. Er hat lange Ohren. Er hat lange Ohren. Große Augen. Und eine runde Nase. Und ein K�� found. Oh, Mann. Ich zeichne Papa. Ich zeichne.